Hallo und herzlich willkommen endlich zu der FIFA Verlosung bzw. Spieler Verlosung. Wir fangen an mit Obermayang, 93 Tempo, 75 Schuss, 71 Passen, 79 Dribbling, 53 Defensiv und 56 Kopf. Kopf macht eine Gesamtstärke von 79, spielt im Sturm Dortmunder und seine Nationalität ist Gabun. Hier in der Formation 5, 3, 2, aber ihr könnt eine Formation auswählen und zwar 4, 1, 2, 1, 2 oder 4, 2, 2, 2 oder 4, 3, 3, 4, 4, 1, 1 und 4, 4, 2. Das sind die Formationen die dazugehören bzw. eine davon könnt ihr euch aussuchen. Er hat auch, ähm, ich hab jetzt leider keine Verträge mehr. Er musste ungefähr so 30, 40 Verträge haben und ja, wie ihr ihn gewinnen könnt, ist eigentlich ganz einfach und zwar müsst ihr drunter schreiben, ich möchte Obermayang haben, Komma, weil, da könnt ihr irgendeine gequielte Scheiße entschreiben, ich will Obermayang haben, Komma, weil der Kühlschrank, in dem meine Milch steht, ist kalt und ich hol sie raus und trinke was. Irgendeine Scheiße, keine Ahnung was, irgendwas Spontanes, äh, den besten davon werde ich dann raussuchen und euch präsentieren, den besten Satz oder den besten Spruch und ich werde dann natürlich im Video erstmal den besten Spruch zeigen und, äh, wie ich den Spieler dann übergebe plus eine Formation nach Wahl für euch. Und ja, ihr könnt natürlich auch, äh, pro Video, äh, zum Beispiel 500 Sätze entschreiben, ich will Obermayang haben, Komma, weil, könnt ihr 500 Sätze schreiben und dann wird eure Gewinnchancen nicht erhöhen, denn ich werde natürlich einen auch suchen, das heißt, wenn einer zum Beispiel einen besten Satz schreibt und der andere 500 Gute, werde ich natürlich den besten nehmen, also dann bringen die 500 Gute auch nichts, aber ihr könnt, wenn ihr natürlich 3, 4, ähm, gute Sätze habt, könnt ihr die natürlich runterschreiben. Und ja, das war es eigentlich, Entschuldigung, dass die Videos erst heute kommen, äh, gab ein bisschen Stress mit der Schule, weil, äh, ja, bei mir hat, äh, ab Mittwoch wieder Schule angefangen und gab direkt schon Stress, hab ich direkt schon keinen Bock mehr drauf, aber egal, am Wochenende auf jeden Fall, am Sonntag wieder ein großes Back-Opening, äh, vielleicht mit ein bisschen mehr Glück und, äh, ja, vielleicht ziehe ich mal bessere Spieler und ein paar mehr. Schaltet auf jeden Fall Sonntag ein, werde ich aber auch noch ankündigen, ja, das Nolito-Video, wo ich halt Nolito-Inform, äh, verlose, beziehungsweise ein Gewinnspiel machen, müsste auch jetzt online sein, die werde ich beide gleichzeitig online schalten, da ist aber auch nur das gleiche Prinzip, aber, äh, ja, ich wünsche euch heute noch viel Spaß, bis dahin und, äh, gebt euch Mühe. Bis dahin, tschüss!